Das ist echt schlimm, wenn etwas ins Gesicht schlägt. Noch wilder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen SCG React. Wir schauen uns an, was diese Woche in den Streams auf YouTube und Twitch so passiert ist. Also schaut gerne bei SCG vorbei und lasst auch immer ein Däumchen da, nicht wahr? Also, wir legen los. Willkommen bei Stream Clips Germany, der ersten Anlaufstelle für qualitativ hochwertige Clips aus dem deutschen Twitch-Bereich und Streamer-Bereich. Und alle Fails. Fack, jetzt hab ich's verkackt. Kannst du kurz Uwo sagen? Milchbaum. Nee, also letztes Mal hast du ein Fünfer gegeben. Also, ich werd höchstens teurer, aber nicht billiger. What the fuck? Ja? Machen Fünfer und wir sind im Geschäft. Richtig so queen. Und Alter, mein Uwo, Alter, da kommt dir direkt die Milch da unten raus. Ich sag's, wie es ist. Also, es lohnt sich. Und rein da. Boom. Ich will jetzt aber das Uwo hören, Freunde. Nein! Oh. Warum kommen die durch den Nebel? Dark Souls... Dark Souls fails sind immer die Besten. War er lebt? Cool. Gott sei Dank hab ich den Ring vorher ausgerüstet. Nein! Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Schön, dass du da bist. Hast du Besuch mitgebracht? Sag mal. Dark Souls of the Forest. Ach, hier hinkt schon jemand. Ach, Mensch. Okay. Oh, hat sich selbst erledigt. Oh, der wurde ja komplett demontiert. Wie fett bin ich? Alter Schwede. Ich hab grad einfach mal die Armlehne abgerissen. Warum zieht das nicht? Mann! Mori geht das nicht. Ich versteh's nicht. Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Ich hack es nicht. Was ist das für ne dumme Stelle? Also ich versteh es nicht. Mori wird mich durchcarryen beim Panktonier. Soll ich den Arschbohr verpassen oder was? Ehrlich? Soll ich den Handstand im Real Life machen? Was will das Spiel? Mann! Mori. Marty, bitte sag, dass du dir das gerade ausgedacht hast. Willst du auch zuhören, Divi? Ja, bitte. Wenn ein Bienenmann es jedoch schafft, die Königin mit seinen Reizen rumzukriegen, kann er sich aber nicht lange darüber freuen. Sobald er nämlich zum Orgasmus kommt, wird ihm sein Penis mitsamt der Innereien, Organe und seiner Körperflüssigkeit in eine Art Explosion aus dem Leib gerissen, was den sofortigen Tod zur Folge hat. Okay, ich wusste nicht, dass es heute so brutal wird. Biene müsste man sein. Rätsel! Wenn I will come to the sun's shining Gottes Willis! L3 was? Können wir auch mal wieder spielen? Ich liebe es. Ich hasse es. Lieb und Hass liegt nicht sehr fern. Wow, nice. Ihr seht das auch? Äh, nice. Äh. Äh. Der kommt ziemlich hoch. Hallo, ich fühle mich heute besonders horny. Schöne Haarfarbe. Muss nachfärben. Oh, ihr seid aber ganz schön unordentlich. Also bei mir ist es ein bisschen sauberer. Aber wenigstens habt ihr Stroh. Aber warum liegt das hier? Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt das Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Ich weiß auch nicht, warum ich das kann. Ich kann übelst beim Bauch rausstrecken. Ich glaube, ich kann auch so eine Bauchwelle. Oh, da lebt ein Alien drin, oder? What the hell? Ja, keine Ahnung. Ha, wild. Der Wenzel von Ulrich Stein, der scheißt uns in den Brunnen. Der scheißt uns in den Brunnen. Der scheißt uns in den Brunnen. Der Wenzel von Ulrich Stein, der scheißt uns in den Brunnen. Scheißt uns in den Brunnen. Ein Song von Jan. Oh mein Gott, das ist ja so ein Land, das man raten muss. Also so. Da bin ich gar nicht gut drin. Was ist das hier? Ähm, Afrika. Bin ich gut im Bild? Chat, ich sehe jetzt OBS nicht so gut. Bin ich gut im Bett? Äh, im Bett. Ja, ist fast dasselbe. Wovor? Weiß ich nicht. Aua. Das kann nur schief gehen, oder? Vater, nennt mir einen einzigen Grund, wenn ich wirklich ein schrecklicher Dämon wäre. Warum seid ihr noch am Leben? Weil die heilige Raute, das Symbol der heiligen Raute, mich vor euch schützt. Nun, warum haltet ihr dann die ganze Zeit, aus lauter Furcht, ein Feuer vor eurem Gesicht? Damit wir was sehen. In Ordnung. Das ergibt tatsächlich Sinn. Abgekauft. Wir verkaufen das, beim Fleischer. Ach, ui. Oh! Magie! Schrecklich. Warte, 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 warte. Ich glaube, da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt's. Oh, shit. Oh. Kriegende Schweine. Durchgeklopft werden, ne? Das Schweinweidwurf, das macht man im hohen Norden von Fernalott. Du bist der neue königliche Diplomat. Oh, ein Diplomat? In Ordnung, was muss ich damit tun, eure Hoheit? Nach Fernalott reisen, du wirst, ähm, am morgigen Tage aufrechen. Am Ende des morgigen Tages. Ich bereite dich gut vor. In Ordnung. Äh, was macht ein Diplomat? Diplomatifizieren, was weiß ich, ich bin König. Diplomatifizieren, was weiß ich, ich bin König. Er hat den Soundlag auch. Ich hab den auch gehabt, den Soundlag. Was weiß ich, ich bin König und für einen Moment zu crash. Hä? Unser war besser, wisst ihr noch? Der war ganz verwerflich, unser Hänger. Im Zweifel, das, ja. Oh, okay, Barrett. Geist. Zu kurzem. Barrett, ein Bruder. Hallo. Seid gegrüßt. Ist der König wieder im Schlosse? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Und was sagen wir zur Begrüßung? Seid gegrüßt. Aha, und wann sind wir gecrasht etwa, als du sagtest? Seid gegrüßt. Ja, genau. Wow. Und was sag ich zum Hallo sagen? Ja. Oh. Oh. Scheiße. Das ist ja echt schlimm, wenn etwas ins Gesicht fliegt. Wie war deine Woche so bisher, Reaper? Erzähl. Oh. Ah! 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 Boah, ich hab ja gewusst, dass die Erde fliegen kann. Ich hab mir fast meinen Tender komplett in den Mund eingeschoben. Guten Appetit. Ich hoffe, es ist kein Spoiler. Geil. Was soll das? Das Installation 99 Prozent. Vielleicht hat sie schon gespielt, bevor es ready war. Also, das gäbe ich ja manchmal playable und dann muss ich trotzdem noch fertig installieren. Mein erster Freund wollte unbedingt zur Feuerwehr. Und ich fand das scheiße, weil ich dachte dann, da muss der so die Klamotten von Frauen aufreißen. Und dann muss der... Was? Feuerwehr ist mega nice. Was? Und dann muss der die so aus den brennenden Häusern tragen. Oh Gott. Hast du dich... Auch Katzensteuer... Steuer... 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 Hast du... Hast... 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 Repeat. In den undurchdringlichen Tiefen des Klamotts kämpft ein wagemutiger Abenteurer namens Marius um sein Überleben. Doch während er tapfer gegen die Gefahren der Wildnis ankämpft, stellt sich heraus, dass seine größte Herausforderung nicht die wilden Tiere oder die unbarmherzige Umgebung sind, sondern seine eigene Unfähigkeit. Wir sehen, wie Marius sich verzweifelt verirrt. Bauzeit Berlin? Nice. Warte mal. Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen? Bauzeit Länge Berlin? Bauzeit? Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Wie gut ist das denn? Angerius. War alles geplant. Ich hoffe, da war nur Wasser drin. Oh nein. Ich hoffe, da war nur Wasser drin. Oh mein Gott. Oh, da war nicht nur Wasser drin. Eww. Ich hab keine Ahnung. Oh nein, und drunter ist eine weiße Kuscheldecke. No. Das ist the worst. What the fuck? Angerius. Oh, das war grün. Ich finde, Angi müsste ich jetzt so... Was macht Funk wieder? Und da wird mein Name hier unten eingeblendet. Ne? Max Enzikard. Ja, stimmt. Das war früher immer so, ne? Ja. Hört sich nicht schlimm an. Also in meinen Augen hört sich das nicht schlimm an. Nice. Das hört sich fast wie E-Gitarre an. David Garrett Konkurrenz. Dann sind wir ja okay. Aber was ist das? Da fliegt eine Saite, glaube ich. Was ist das? Das klingt wie eine E-Gitarre. Vorsicht, nicht an Fallschaden. Ich denke, wo dein Lava segeln, ne? Hey, was soll das heißen? Als würde ich hier an Fallschaden sterben. Ich passe ja nur auf dich auf. Nein. Nein. Ey, ist das da... Ja, als würdest du an Fallschaden sterben. Das ist echt nicht dein Ernst, Tommy. Wild. Der Meister, Sektor Bravo, vollständig eingenommen. Noch wilder. Oh mein Gott. Was mache ich? Was mache ich? Jetzt nix mehr. Ist noch gefangen? Aber ist noch gefangen. Aber ich habe ihn. Ich habe ihn. Nice. Ich habe ihn. Das ist alles, was zählt. Es geht doch. Man darf sich nur nicht von außen betrachten. Ich sehe nichts Falsches hier. Darf ich meinen Bruder Bescheid sagen? Nein. Hat der rote Saar? Ja, natürlich. Es ist mein Zwillingsbruder. Ja, natürlich dürfte er dem Bruder Bescheid sagen. Eventuell möchte er auch der sich der heiligen Raute anschließen. Oh, sicherlich. Mein Bruder und ich teilen uns alles. Wir haben uns doch gar die Vagina unserer Mutter geteilt, Vater. Nun, auch diese würde ich sehr gerne erkunden. Allerdings sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt davon ab. Und bei die Doni muss ich sagen, was ich bei ihrer Stimme ganz cool finde, ist, sie klingt wie eine ältere Frau. Was? Was? Magnesium ist genommen. Sollte also heute Nacht dann auch keine Krämpfe verursachen, hoffe ich. Äh, Mara, geht es? Ja, also ich lecker die Scoop. Jetzt geht sie nicht mehr gut, ey. Klippi, ich meine, du kannst auch gerne, du kannst auch, ich kann dir gerne mal ein bisschen mit meinen Ballons spielen lassen. Also, wenn du möchtest. Was? Wenn du willst. Äh, hier. Oh. Ich dachte schon. Das bin ich. Holy Platzierung. Illegal. Man darf keine Werbung machen. Ich habe trotzdem ausgeführzeichen Holy Werbung gemacht. Ja, wie cool. Holy Werbung. Das bin ich. Die haben noch in die Kamera gehalten. Und die haben es abgewunken. Bestellt euch jetzt Holy. Unten im Panel draufklicken. Hä, wie legendär. Ich schaffe and trim my beard with a brown razor. Die haben es abgewunken. Wirklich? Hä, wie cool. Das ist legendär. Ich glaube, du kannst die Leiche auch anders tragen auf deinen Armen. Erinnerst du dich? Ja. So? Das sieht schon etwas. Falsch aus. Ja, bei dir sah es dann wahrscheinlich ähnlich aus. Okay, das ist wild. Oh Gott. Sieht es aus, als würdest du in die Seele gucken. Ja, das sieht so aus. Ist ihm so. Krass, ja. Ich kann euch so viel sagen. Einer hat genau getroffen. Aber nur einer. Ja, ich habe gehe ab. Und meine lieben Damen und Herren, dieser Herr ist Simon. Was, der linke dachte, er hat gewonnen. Was? Gute Frage. Wenn euer Vater sagt, dass ihr verheiratet werdet, dann werdet ihr verheiratet. Ihr habt es zu akzeptieren. Ihr habt euren Stand zu akzeptieren. Euer Vater steht oberhalb eurer Person. Cool, dass er uns seinen Charakter zeigt. Für eurer Person. Er steht oberhalb eurer Person. Für meine Person. Probier doch mal, ihn zum Tode zu verurteilen. Los, probier es. Los. Ich verurteile dich zum Tode. Oh, das tut mir aber leid für euch. Ihr werdet jetzt geköpft. Führt ihn ab. Eure Hoheit. Oh, ja. Ha, kleiner Scherz. So nun bin ich doch nicht, Tochter. Wir wollen Beweise. Okay. Oh, schnell. Nach dem Motto, nur so viel wie nötig. Das ist geil. Hat die gar nicht so gesehen im Rasterlot. Ähm. Also. Also. Oh Gott. Das ist der Waffe. Das sieht nicht so aus. Also, das ist nicht geplant. Das macht das Spiel. Eigentlich muss ich mit meinem Chat irgendwie so nackt um Lagerfeuer zu tanzen. Das wäre schon irgendwie. Warte. Mein. Ich bin gerade verwirrt. Sie hat Lust mit ihrem Chat nackt um Lagerfeuer zu tanzen. Ja, das haben wir schon mal gemacht, Chat. Das ist etwas, um Gras kurz zu machen. Grinder. Gras. Gras. Flusspunkte bei Dorko. Dorko kriegt Flusspunkte. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, schuldigung. Oh, ey. Rasenmäher. Ich habe auch gar keine Lust aufzugehen. Ragsos. Ich glaube, wir können noch ein bisschen spielen werden. Warte, nein, da darf ich nicht in die Ecke. Nein, 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 nein. Ich bin wieder in der Ecke. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ruhe bewahrt. Ruhe bewahrt. Ruhe bewahrt. Grong sagt, boah, ich habe... Ey, Grong erzählt euch demnächst, dass er so eine ganz, ganz neue Toilette hat. So eine japanische, die mit einem redet. Und die sagt immer so Dinge wie, ja, ja, Daddy. Drück. Drück härter. Ja, das ist ganz tolles Ding. Das hat auch Bidet. Also der Arsch ist danach wie sauber geleckt. Und dann macht er euch ein Video von seiner Toilette. Und es ist einfach... Oh, jetzt liegen wir schön. Toilfit unter was? Oh, mit Collision. No. Warum kann ich nicht einfach einmal die Schnauze halten? Richtig. Ich habe keinen Führerschein und in ETS lerne ich das Führerschein fahren. In ETS lerne ich das Führerschein führen. Das Fahren des Führerscheins. Kannst du ihm keinen Helikopter mieten? Nein, ich habe keinen Helikopter. Wir lernen Führerschein fahren. So ungefähr. Dann stelle ich mich hier an den Download. Weil da sehe ich dann immer alles. Da läuft ja safe jemand rein. Geil. Echt jetzt flest? Musstest du beweisen, dass keiner reinläuft? Geil. Das ist cool sowas. ETS ist einfach. Was ist passiert? Oh Gott. Oh. Ist es voll schwierig, Prioritäten zu setzen? Ich weiß, ich bin am Streamen. Aber Content... Der ist nicht mein Mann. Aber interessante Kameraperspektive da. Mir könnt ihr nichts befehlen. Denn ich habe ein Schwert. Oh Gott. Prinzessin, wir sollten... Prinzessin, wir sollten... Prinzessin? Ja. Wo seid ihr? In Bodomir. Ich werde euch heimsuchen. Das könnt ihr gerne machen. Ich wohne im Schloss. Abschluss. Mein Zimmer ist immer offen. Sie steht da drauf. Ich stehe. So. No. 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 Krümel. Krümel. Ich richte mir die ganze Einrichtung. Oh. Alles gut. Krümel, mein Charles. Schatzi, du bist zu fett für den Schranken. Warte mal, hier ist ja nochmal. Don't pull her fett. Fledermäuse. Willst du reingehen? Yep. Okay, let's go. Oh mein Gott. Was war da? Die kam voll spät, Mann. Das war scheiße. Aber ich dachte, es ist doch noch gesagt. Fledermäuse. Das ist so schade. Edo lost. Ich muss einmal mein Pferd füttern, weil sie zu sind. Weberlich hing ins Mutter. Ich will auch. So vers... Sie wollen auch einen Apfel da, dann kommen sie mal mit. Ich wusste nicht genau, wohin da wird. Und dann habe ich die Äpfel hier neben das Klo. Ein sehr guter Platz dafür. Oh Gott. Oh. Das müssen sie natürlich auch wieder einräumen jetzt. Geil. So, ich habe jetzt neun Flaschen, äh, neun leeren Flaschen Wasser. Neun leeren Flaschen Wasser. What the fuck? Calm down. Boah, das ist so schwer. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte ernsthaft. Lass mal bitte ein paar Sounds jetzt weg. Das klingt richtig schwäbisch, oder? Ja, das war klar. Aber ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie gehen, Sie haben wunderschöne Achillesfersen. Das ist mir schon häufig hier aufgefallen. Die Komplimente sollten Sie sich für Ihre Gattinnen eines Tages aufheben. Ob es nun Estella sein wird am Ende des Tages oder nicht, werden wir noch sehen. Aber ich hoffe sehr, dass Sie die große Liebe Ihres Lebens finden. Und das Hause wieder zu dem Ruhm bringen können, was es mal war. Ja, ich genieße auch den Anblick Ihrer Ohrläppchen. Oh Gott, Sie können. Maxima Neutral. Oh Gott. Aber ein Pömpel, Eichhorn. Nein, Eichhorn. Nein, Rundfist. Der Pömpel. Geil. Chris L, Shift to Run. Warum soll ich rennen? Vielleicht, wenn er monstert. Da haben wir einen Trank, kann ich mich nicht erinnern. Um welchen Trank geht es überhaupt? Ja. Den Trank des Vergessens. Nun ja, ihr habt ihn gerade zu euch genommen, um ihn zu testen. Und ihr habt gesagt, wenn er funktioniert, dann erhalten wir 20 Münzen. Offensichtlich hat er funktioniert. Nein, nein, dachte ich nicht. Wir müssen ihn natürlich erst mal testen. Dazu müsste ich ihn zu mir nehmen. Nun, wie erscheint, haben wir da schon. Davon müsste ich ja wissen. Nein, es ist der Trank des Vergessens. Ah, hatte ich vergessen. Sehr gut. Der Raid startet. Leute, wir müssen da jetzt rein. Wir gehen in die Oma. Wir gehen in die Oma. Alles klar, sehr gut. War wieder sehr lustig diese Woche, Leute. Lasst ein Like da. Nicht vergessen. Und einen Kommentar. Die arme Oma. Ab in die Oma, genau. Ja, es war sehr lustig. So wie jede Woche nicht wahr? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weil die Oma haben damit zu schauen. Und dann mach es so weiter. Vielen Dank.